gute nacht mario und herzlich willkommen zur nächsten ausgabe da ist er wieder super mario sunshine wir starten direkt durch wir schauen direkt mal weil wir hier noch liegen vom letzten part in das level was dürfen wir denn jetzt machen rote münzen im korallenriff das klingt was mir nicht gefällt wo ist das denn überhaupt das korallenriff ich nehme mal an da hinten da sieht man ja auch den tollen freizeitpark in der entfernung auf der insel müsste eigentlich relativ entspannt werden die münzen zu sagen eigentlich number one da ist die nächste da ist auch eine kommst du mal wieder aus der wand raus da ist sie okay fünf da ist die sechste dann fehlen noch zwei sieben und noch eine auch einfach mal ein bisschen da ist sie nämlich auch schon ja das war doch mal relativ entspannt selten so einfach acht rote münzen gesammelt sehr gut ja guck mal rein was es gibt Während Toad Gans besorgt, damit er den Füßen stampft. Sind wir auch schon bei... Mein Gott, bei Kapitel 7. Mario Morgana ihm nach. Also müssen wir uns wieder selbst jagen. Hm. Umlaufen kann er uns. Das war dumm von mir. Das war's für mich. Ah, bin aus den Augen verloren. Wo bist du? Na klar. Ey! Gut jetzt! Das nervt langsam. Jetzt hör doch mal auf, meine Fresse. Wie oft soll ich dich denn noch treffen? Bin auch gleich tot, sehe ich. Na endlich! Am liebsten, das ist doch nicht vorbei. Geht doch. Haben wir schon zwei Insignien. Und wir haben noch circa eine Viertelstunde. Ich weiß gar nicht, welche Level uns jetzt noch offen stehen. Wir können aber auch jetzt mal einfach versuchen, uns Yoshi zu holen. Mist, ich war kurz davor auf Yoshi zu reiten. Banana. Sollst du kriegen, mein Freund. Äh. Wo ist denn jetzt gerade mal eine? Äh, Banana, Banana, wo bist du? Da. Ja, genau. Man kann sich den Kopf an einer Frucht stoßen. Ey, please. Moin Yoshi. Ich wollte den eigentlich nur ablecken und nicht mit dir reden. Gut. Kamera will nicht. Wie? Kann Yoshi nicht da auf das Seil? Mein Gott, lass es doch jetzt nicht zu so einer Farce werden, ey. Gut, neues Level, neues Glück. Lido Sirena, magische Mantas. Oh nein, neeeeein. Oh, das ist so ekelhaft. Okay, so werden wir es machen. Wo ist denn der Hans-Dieter? Da. Oh, sag mir, dass mein Albtraum vorbei ist. Rettest du mich? Ich weiß nicht warum, aber du siehst fähig aus. Hör zu, alles hat am Mittag angefangen, dieses Manta-Ding. Tauchte auf. Es war hauchdünn, wie ein schwebender Schatten. Es bedeckte das Hotelfundament mit diesem Elektroschleim. Dann. Oh nein. Mein schönes Hotel. Das arme Gebäude. Es ist in diesem Schleim versunken. Warum gerade ich? Das Personal räumt auf, aber wo ist mein Hotel? Was soll ich tun? Ich kann mich doch nicht zurücklegen und... Aaaaah. Es kommt zurück. Das Ende ist nah. Unternehm etwas. Was kriege ich dafür? N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N funktioniert ja ein was ich gerade vorhaben ich wollte jetzt nicht sofort sterben I would be cool hab ich nicht berührt ich kann das leider nicht so gut wie der Speedrunner der das macht ich seh nichts ich seh nichts mann die Kamera ne und hier sind überall diese scheiß Spermaspuren oh god ich bin gleich tot Alter wie weit die mich wegschleudern oh Oh, 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 oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's. Das war's für heute. 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 Ich weiß jetzt nicht, ob wir einfach nur alle Geister... ... 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 Okay, wir sind weit gekommen. Das war natürlich geplant. Nur... Was jetzt? Was jetzt? Ach so. Boah, ich dachte schon, ich komme jetzt nicht mehr weiter. Meine unsagbare Dummheit möchte ich nicht wirklich in Worte fassen gerade. Ich hätte da noch nicht mal hingemusst. Was jetzt? Oh, 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 oh. Okay, weiter. Oh. Mann, was war denn das schon wieder? Oh. 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 Oh.